Jetzt? Okay, jetzt ist der Streaming ein. Ja, Streaming gestartet, Alter. Yeah, yeah, boi, boi, boi. Yeah, ich guck mal kurz, dass der Dateiempfang auf YouTube funktioniert, dass das alles klappt. Okay, der Livestream kommt jetzt an. Okay, jetzt ist er da. Super, hat ja doch heute noch alles geklappt. Hoffen wir, er bleibt stabil. Ich nehme hier kurz noch den Chat raus. So, wo ist hier das Anwaltfeld? Ich will meinen Chat rausmachen. Hier, anstellt, Chat im neuen Fenster öffnen. Jetzt sehe ich auch endlich den Chat in voller Pracht. So, zack, jetzt mache ich hier noch das hier auf, dass der Stream-Input normal läuft. Pack hier runter mein OBS, stelle die Lautstärke auf ein oder zwei Prozent um, genau. So, und damit, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Und zwar, wie sich das sehr, 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 sehr viele gewünscht haben, werden wir heute mal einen reinen Mörder-Livestream machen. Das bedeutet, wir zocken Mörder-Mystery zu dritt. Ich habe schon alle anderen in der Party. Ich habe natürlich Michelle und Stylex dabei. Und heute werden wir mal eine schöne, geile, gedegene Runde Mörder-Mystery durchzocken. Habe ich dir eigentlich schon gesagt? Logisches Hey-Ho! Herzlich willkommen zum Mörder-Mystery-Stream! Oh, mein Handy ist noch an. Jetzt ist es aus. So, okay. Ich würde sagen, wir gehen in... Ach, wir können. Wie heißt das? Man kann ja nur ab einem bestimmten Rang auswählen. Das bedeutet, wer mitzocken will. Ihr könnt wieder komplett mitzocken. Steht euch offen. Einfach auf Highpixel kommen, Mörder-Mystery gehen. Vielleicht trifft man sich auf dem einen oder anderen Server. Oh Gott, es geht ja direkt los. Okay, Michelle Stylex. Ihr wisst doch, wie es funktioniert. Stylex, wir haben ja schon mal einen Troll gemacht. Du weißt doch schon eher, wie es funktioniert. Michelle, hast du es raus? Also, weißt du, wie es klappt? Okay, gut. Ich bin natürlich innocent, Jungs. Ich natürlich auch. Cool. Der Detective hat gelieft. Super. Das ist super. Da wird einer Detective. Was macht er? Oh, bitte nein. Nein, ich will nicht Detective sein und lief einfach straight die Runde. Cool. Läuft bei dem. Hat einer von euch eine Ahnung, wo vielleicht der Bow liegen könnte? Hä? Ist er nicht schon aufgehoben worden? Nee. Nee, Bow not dropped. Ah, nee. Bow not dropped. Ja, also ist er schon aufgehoben worden. Okay. Hm. Ja, gut. Das heißt dann jetzt einfach überleben. Ich mach mal normale Musik an, würde ich sagen. Oder wollen wir... Die Leute im Chat können sich dann noch entscheiden, ob wir... Wie heißt das so? Oh Gott, Stylex. Nein. Was denn? Gott, Stylex. Yo, Stylex. Stylex, das Spiel kann ich auch spielen. Wo ist der Bogen? Wo ist der Bogen? Ach du, da läuft der Mörder rum. Oh, oh, oh. Der Typ ist der Mörder. Der Typ mit diesem bunten Skin. Ja, ich sehe ihn. Warte, ich bleib weiter an diesem Stand stehen. Ich bleib weiter an diesem Stand stehen. Warte. Er sieht mich da immer nicht, obwohl ich einen scheiß Skin drin hab. Ihn juckt das halt einfach wirklich nicht. Hier liegen tausend Leichen auf dem Boden. Stylex, stell dich in den anderen Stand. Ja, ich versuch noch Gold zu bekommen. Warte, 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 da kommt er, 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 warte. Er läuft da, er läuft da gerade zur Mitte. Als ob dieser Scheiß... Als ob das sogar mit normalen Skins funktioniert. Ja! Ey, Leute, nein, oder? Was war denn das für ein Anfang direkt? Als ob... Als ob er uns dort nicht gesehen hat. Alter, pure Gönnung, Mann. Diese Position ist so OP. Alter, das kann einfach nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein. Es kann einfach nicht wahr sein. Okay, you are innocent. Nice. Einer von euch irgendwas Besonderes? Mörder? Oder... Ja. Ah, Michelle, bist du Mörder? Nein. Ah, okay. Okay. Danke. Ich bin immer noch ran, so... Bananoo! Bananoo! Was ist denn da? Michelle, du siehst mich nicht. Ich bin eine Statue. Geh weiter. Oh! Hier werden Leute geschlagen. Gut, der Mörder hat mich doch gesehen. Wer von... Wie sah das genau aus von dem? Wie? Ich lieg da so geil. Warte, ich guck mal. Der liegt da richtig geil, Michelle. Du hast bis dahin gesagt noch richtig schön Gesichtskrätschen gegeben, so wie du da liegst. Vor allem, ich stand hier wieder als Statue. Okay, jetzt wurde der Detective gekillt. Sag mir doch bitte, wie das Kind von dem Typen aussah. Echt, ich doch nicht. Als ob ihr dich mal zu... Oh Gott, der ist doch safe Mörder. You win! Bam, Alter. Junge, das geht ja schneller als gedacht. Alter, das läuft mega. Hör die T-Beutel und alle den Mörder. Oh mein Gott, ist das hart. So, nächste Runde. Loll, ach ne, wir wollen jetzt rausgeworfen. Ich wär mal für Archivs. Das geht nicht. Wie heißt das? Ich kann ja mal Archivs anwählen, aber ob dann auch Leute hier reinjoinen. Wie gesagt, im Livestream könnt ihr halt... Also es können halt nur VIP-Plus-Leute den Server wählen. Deswegen geht das halt nicht. Ach so. Das kannst du halt vergessen. Deswegen... Entweder sind halt sehr viele VIPs im Stream mit dabei. Ansonsten, äh, joinen wir halt jetzt eine Random-Map, die voll ist. So. Und es ist Archivs! Oh! Okay, gut, damit hätte ich jetzt halt echt nicht gerechnet, dass das so straight klappt. Karma! Das bedeutet... I'm the detective! Leute haben geschrieben, ich soll mal ein bisschen, äh, Action-Musik anmachen. Hast du mittlerweile deine Hotkeys? Nein, immer noch nicht. Oh! So, ich hab mal ein bisschen leise Action-Musik angemacht. Vielleicht passender zum Mörder, also... Äh, ich wette, Michelle ist Mörder. Ja! Wer hat ne Waffe? Können wir Michelle direkt straight erschießen? Ich hab ne Waffe! Okay. Wieso hast du ne Waffe? Wieso kriegt der unfähigste Spieler hier ne Waffe? Ich hab keine Waffe! Dann schreibt doch einer aus Stilex. Stilex, meintest du nicht, dass du Detective bist? Oh! Michelle, beschützt du mich? Ähm, wer weiß? Ja! Hey, Michelle! Das Gute ist, dass du mich nicht random killen kannst, weil... Du, äh, wieso haust du mich mit diesem Goldbaum? Stilex! Stilex! Oh nein! Stilex, du hast doch straight für den Stream geguckt! Ich glaube, ich wollte Frank Wars weiterführen! No way! No way! Oha, heißt das, dass du mich töten wolltest? Eigentlich wollte ich Michelle töten, ja! Was? Mein Logo meinte, Michelle ist safe, Mörder! Da hätte ich ihn schon längst geklappt! Weißt du, wie sehr mich das jetzt gerade verletzt, dass du... Das, das, das... Weißt du, wie... Digga, ich werde einmal Mörder... Und du machst es mir halt straight kaputt, was halt auch so anlässlich wirkst, als ob du... Als ob du einfach in... Ja, you died! Als ob du einfach in den... In den Stream geguckt hast! Nee, ich wollte halt Michelle erschießen! Ja, wahrscheinlich! Michelle erschießen! Nein, du meintest, Michelle ist... Ich bin Detective! Wahrscheinlich! Michelle erschießen! Wahrscheinlich, oder? Ich bin hingesprintet? Ja, oder hast du mich erschossen? Weil Michelle kurz davor nicht bewegt, was ist? Ja, Stylix, du musst jetzt keine Ausreden suchen! Nee, Stylix! Nee! Das ist die unterste... Das ist die unterste Granate, Mann! Die sind ja! Rasteteil! Nee, das kriegt Stylix safe zurück! Das ist ja nicht gut! Der Mörder ist bei mir! Das ist schön, Stylix! Ich hoffe, er tötet dich! Weißt du... Weißt du, wie sehr mir das in der Seele wehtut? Ach, komm! Das war doch ein bisschen abschüßt! Ja, Michelle erschießen! Michelle erschießen! Vielleicht sollen wir dir mal eine Brille kaufen? Wie wäre das? Nee, Stylix! Sei mal die Gefühle verletzt! Es tut mir leid! Nee! Nee, tut's dir überhaupt nicht, weil du dich abgefeiert hast dafür! Ja, weil das ja auch ein bisschen funny war! Jetzt dauert es wahrscheinlich zehn Runden, bis ich wieder Mörder bin! Ja, das ist doch normal! Oh, ich hab einen Bogen! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Es tut einfach weh! Ich mache jetzt traurige Musik an und weine! Hey! Michelle, ich weiß, wer da ist! Es wär! Nee, die nicht! Sei jetzt leise! Lass die Musik wirken gerade! Falsches Lied, habe ich noch ein traurigeres? Genau das ist sehr traurig! Warte, ich kann die Facecam auch schwarz machen! Warte! Warte! Michelle, nein! Oh, boah! Ich wollte nur noch einmal ein Mörder sein. Ich bin leid, okay? Michael, michelle, 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 hier ist der Mörder. Du schaffst die Musik, Stylings! I'm sorry! Oh, okay, genug traurige Musik für heute. Machen wir wieder normale Musik an. Mir tut die Lippe von den komischen Bewegungen voll weh. So, abspielen, zack. Oh Gott, war das laut! So, jetzt können wir mindestens normal und beruhig dir die nächste Runde gehen. Hast du dich beruhigt? Ne, ich werde dich safe dafür noch töten, aber keine Sorge. Stylings, irgendwann, wenn du nicht damit rechnest, werde ich dich halt einfach kaputt hauen. Ja, okay. Ja, Stylings. Ich betone noch mal, dass es... Drei, vierfach kriegst du das zurück. Okay. Ich suche jetzt einfach nur den Bogen und knall dich ab. Digga, ist mir egal. Okay, ich suche auch den Bogen und knall dich ab. Bitte tötet Stylings. Danke. Direkt mal hier ein paar Comments gegeben, dass sie dich töten. Wenn einer auf dem Livestream dabei ist, bitte rächt mich einfach, okay? Den da töten! Der safe Mörder! Guck mal, da ist schon einer mit dem Bogen. Der verfolgt dich jetzt, Stylings, ja? Der würde dich jetzt hoffentlich töten. Na, komm schon, Villager, du machst das! Lauf, Stylings, tötet ihn! Äh, Hilfe! Cool, bin ich grad gestorben, super. Ich wollte die Musik lauter stellen, bin gestorben dabei. Das nenne ich Spaß, hier liegt der Bogen. Wow! Da versucht einer zu dem Bogen zu laufen! Ist die Musik so safe nicht zu laut? Ich stell mal, ich stell mal nur auf 1% oder so, dass die so normal im Hintergrund läuft. Ich hoffe, jetzt wird mal... Lass mich mal, Chell, was checken. Michelle? Ja? Der Mörder ist hinter mir. Jetzt kann ich die Musik einlauter drehen. So, jetzt 1% lauter. Zack. Du bist voll leise, ich hab mich jetzt noch mal lauter gedreht und die Musik hab ich jetzt auch noch mal einen kleinen Ticken lauter gedreht. Stylings, tu uns allen gefallen, da schieß dich einfach selbst mit dem Bow. Das geht nicht. Doch, na klar geht es. Nein. Doch, na klar. Stell die Musik jetzt doch wieder ein runter als wir... Ich weiß jetzt nicht so, dass das alles hier funktioniert. Stylings, einfach mit dem Bogen in die Luft schießen, ich glaub das funktioniert. Stylings ist tot? Ja. Oh, zu Glück ehrlich hat der Mörder was Gutes getan. Oh. Es ist okay. Okay. Ja, es ist, es ist halt wirklich gut. Es ist das Beste, was jetzt passieren konnte, wenn ich ehrlich bin. Das Einzige, was ich jetzt halt mal machen möchte, ist, dass ich Mörder werde und Stylings töte. Das ist mein einziges Ziel jetzt in der nächsten Spielsession hier. So, das ist alles, was ich jetzt möchte. Mörder werden und Stylings töten. Danach kann mich gerne der Detektor verschießen. So. Oder jeder, der jetzt hier mitzockt, wer Mörder ist, bitte einfach Stylings töten. Das ist... Das ist einmal nur verdient, Stylings. Du hast mir das Herz gebrochen, okay? Das war das zweite Mal, das ist wirklich das zweite Mal, dass ich mal Mörder war, ja? Ich hatte mich so gefreut. Insgesamt oder im Stream? Insgesamt! Ach so. Ja. Ich war noch nie Mörder. Ja, das hast du verdient. Ja. Alter. Wie gesagt, ich hoffe, dass sich einfach jemand umschlägt, tötet. Da hat einer einen Bogen. Hey, du da. Dachchen. Mark ist ja... Wie der schon auf mich zielt. Seid ihr in der Runde? Cool. Hä? Bist du nicht mitgezogen worden? Nicht so. Sogar Herr, Higgs und Frau, Higgs sind hier drin. Ist das nicht der... Ist das nicht sogar der... Bot oder Supporter vom TS? Der Supporter? Ja. Vielleicht, Stylix, hab ich dich auch aus meiner Party gekickt? Hä? Du Spielverderber? Hä? Vielleicht? Ja, was... Was machen wir denn jetzt? Ja, eigentlich noch warten, bis hier einer getötet wird und dann nächste Runde hoffentlich Mörder werden, um dich zu töten. Okay. Was macht der... Was macht der Detective hier? Wo will der hin? Mhm. Möchte der Detective sich jetzt das Leben nehmen, oder? Hier gibt's nämlich drei Türen und eigentlich, glaub ich, stirbt man bei jeder Tür... Oh oh. Nein. 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 Nein, man stirbt da, wenn man da runterfällt. Nein! Ich will hier raus! Was? Wo bist du? Oh mein Gott, ich hab das überall... Nein! Ich wurde zurückge... Wo bist du? Ja! Es gab so eine Stelle und... Warte, ich lief jetzt wieder die Runde. Warte, ich äh... Ich geh raus und wir hoffen, dass in der nächsten Runde Stylix wieder mit dabei ist. Ja! Oh Gott! So Stylix, aber du bist noch normal in der Party? Ich glaub ja! So, warte, bist du jetzt mitgezogen worden? Jetzt! Ja! Okay, super. Da hat das mindestens geklappt. Ja, jetzt brauchst du noch einen Mörder und dann... Für alle Leute, die schreiben, dass es laggt. Es laggt nicht von mir aus. Dann stelle ich die Stream-Qualität bei euch runter, dann reicht euer Internet richtig aus. Also, ich hab jetzt extra alles hier offen auf meinem Monitor, dass extra nichts laggt. Nichts! Also, es gibt von mir aus hier keine Lags. Das ist anderes alles YouTube. Wirklich! Nur um das mal... Um euch das mal so anzuschneiden. Um euch das mal so zu erzählen. Weil ich... Weil ich hatte die letzten Male immer solche... Solche, äh... Lack-Beschwerden und dann... Dann hieß es so... Und danach hab ich mich jetzt gekümmert, hab alles umgestellt und jetzt... Zeigt mir mein Programm immer grün an. Und grün ist gut. Und wenn es bei euch laggt, müsst ihr die Qualität ändern. Ist ja YouTube. Wir können ja auch von den 1080p runterstellen. Äh... Ja. Michelle, bist du zufällig Mörder? Ja. Könntest du Stylex töten? Ach, Michelle ist tot! Ja. Ah, okay. Und wer ist der Mörder, Michelle? Keine Ahnung. Du musst doch sehen, wer dich tötet. Der hat mich von hinten erstochen! Ja, dann musst du dich halt noch mit deiner letzten Kraft umdrehen, Michelle! Ja, und dem nochmal ins Gesicht lächeln! Ja! Und vielleicht nochmal anspucken! Ja! Michelle, jetzt rein! Was? Du kannst auch einen netten, normalen Umgang... Pass auf hinter dir, ne? Wow! Wow! Danke für die Meldung! Die kam relativ rechtzeitig! Ich hab da gerade... Du hättest ihn auch anspucken können! Ich hab mich auch nochmal umgedreht und hab versucht, ihn anzuspucken! Warum hat's nicht geklappt? Ich weiß nicht! Ich hab's einfach nicht geschafft! Es kam nicht raus! Ich bin halt nicht so ein Lama wie du! Was ich umdrehe und einfach random Leute anspucken kann! Bei allen Leuten, bei denen es flüssig läuft, die können ja mal ein Herzchen reinschreiben! Ja, gut! Das, äh... Woll ich jetzt klarstellen! So! Äh, Michelle, bist du zufällig ein Mörder? Neee! Cool, dass der Detective direkt getötet wurde! Hihi! Äh... Geil! Ich brauch diesen Bogen! Der muss hier irgendwo rumliegen! Oh, jemand hat den aufgehoben! Ähm... Könnte der Detective vielleicht, äh, Stylex erschießen? Hey, hey, du da! Ah! Könntest du Stylex... Wow! Uh, ich hab den Bogen! Stylex! Nein! Stylex? Nein, Michelle, ich werd dich nicht erschießen! Stylex! Was ist denn jetzt Mörder wert? Es wär mir egal! Ich will nur Stylex töten! Stylex! Stylex! Bist du in der Runde? Ja! Stylex! Stylex! Jetzt darf mir bloß kein Mörder ankommen, weil... Der springende Punkt ist, ich würde halt gerne jetzt erst mal Stylex töten! Hm! Ja, du stirbst dann aber auch, ne? Ja, es ist... Es ist mega! Es ist mir wert eigentlich so! Das ist so... Ich weiß nicht! Das ist so, wie wenn ich dich trete und mir dabei das Bein breche! Es lohnt sich! Alles klar! Stylex! Rache! Stylex! Hier rumrenzt! Michelle, hi! Hi! Hast du Stylex zufällig gesehen? Nein! Lebt er überhaupt noch? Ach! Der verkriecht sich doch hier irgendwo am Rand, der Mä! Cool! Stylex! Jetzt komm raus! Also... Ich bin nicht versteckt! Oh! Ich bin tot! Ach! Das ist so ein schönes Gefühl! Jetzt fühle ich mich wieder gut! Jetzt fühle ich mich gut! Jetzt fühle ich mich gut! Ausgeglichen! Entspannt! Und vitalisiert diesen Stream durchzuziehen! Eieieie! Irgendwie habe ich gerade ein schönes Lächeln im Gesicht! Ich bin glücklich! Ich bin komplett glücklich! Ich habe eine Rache! Und die ist Blutwurst! Michelle, lebst du noch? Nö! Oh! Da können wir ja nächste Runde gehen! Jaja! Alter, das war gerade so geil! Das war so ein schönes Gefühl, Stylex zu töten! Ich habe mich mein ganzes Leben auf diesen Tag gefreut! Na Stylex, bist du sprachlos? Wir werden sehen, wie sich das hier entwickelt, Logo! Ja! Ich bin direkt Detective! Also, wenn ich dich direkter schießen soll, kannst du Bescheid sagen, wa? Mhm! Logo, geh weg! Stylex! Geh weg! Stylex! Hey Stylex! Jetzt musst du erst meinen Bogen wieder aufladen! Okay, ich glaube nicht, dass du Mörder bist! Stylex, wenn du nicht durch meinen Bogen stehren willst, spring in die Lava! Negativ! Stylex, tu mir einen Gefallen und spring in die Lava! Nein! Stylex, tu... Was der Detective dir sagt! Stylex! Stylex! Warum willst du mich erschießen? Stylex! Weil du böse zu mir warst! Verdammt! Ich war das zweite Mal in meinem Leben Mörder! Ich hatte meine Rache! Ich bin glücklich! Ja, aber meine Rache möchte ich noch 20 Mal fortsetzen! Stylex, komm her und spring in die Lava! Gut, ich lass dich jetzt! Aber nur, weil ich so ein netter Typ bin! Danke! Dieser X-Mate-Oi soll der Mörder sein! Wer ist denn das? Was hat denn der für einen Skin? Ein Häsling! Hey, der wird mir gar nicht angezeigt! Oder übersehe ich den gerade? Es ist dieser Matoi! Ja, es ist er! Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Mitte! Wie sieht der aus? Wie ist dem sein Skin? Gold! Gold? Gold Steve, ja! Gold Steve? Ja! Da, ich seh ihn! Ich seh ihn! Warte! Hä? Der treibt sich jetzt zwischen den Ste... Boom, Digga! Alter! Hab ich den weggeknallt! So macht das ein guter Detective Stylex, ja? Nicht random irgendwelche Leute erschießen! Ja! Ich betone nochmal, du warst nicht das Ziel, sondern Michelle! Ja, 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 ja! Stylex, in 10 Jahren halte ich dir das noch vor! Okay! Das kommt auf meine Liste Stylex, der ewigen Vergeltung! Achso, okay! Ich werde mein restiges Leben nie wieder vergessen! Mhm! Es hat sich in dein Gehirn eingebrannt, ne? Alter, das ist ein traumatisches Erlebnis, okay? Ja! Das wäre ich nie wieder los! Michelle, bist du zufällig Detective? Ne, Mörder! Ah, okay! Zeig mal her, deine Waffe! Ja! Das ist Gold, Michelle! Das ist eine Waffe! Damit bringt man niemanden um, Michelle! Das ist Gold! Ich habe Superspucke! Oh, du Lama! Guck mal, da kriegst du 150 Punkte dafür, dass 3 Sekunden nicht random gekillt wird! So schön, jetzt erstmal eine Mystery Potion! Was kriege ich hier Schönes? Soll ich mal eine trinken? Oh, ich bin, ich bin 14 Sekunden unsichtbar! Ui, ich poltergeist! Ui, ui, ui! Oh, hi, Stylex! Wow, ich habe Sloanus! Geil! Stylex, denkst du, man sieht dich da nicht? Ich denke, man sieht mich nicht, ja! Zumindest der Mörder nicht! Hm! Stell ich mich, da ist ein Spieler! Da! Da ist der Spieler! Da ist der Spieler! Da ist der Spieler! Da ist Stylex! Kann ihn bitte jemanden töten? Hier, hast du vielleicht ein Schwert? Du, da, da, da ist ein Spieler! Guck mal, da, da! Oh! Haha! 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 Stylex, ich komme wieder! Mit hoffentlich einem Bogen! Okay! Und dann killst du mich, ne? Aber vom Weinzen! So, ich habe wieder ein Gold! Ich hole mir eine Mystery Potion! So, warte! Damit komme ich jetzt zurück! So, Stylex! Ja! Bist du noch da? Wer weiß! Oh! Stylex, bist du woanders hingegangen? Oh mein Gott! Da ist der Mörder, oder? Ja, da ist der Mörder! Der Mörder ist, äh, dieser Wille The Noob ist das, glaube ich! Hat einer von euch einen Bogen? Haha! Nicht so! Okay, dieser Wille The Noob ist das, hundertprozentig! Okay, ich mache kurz Actionmusik an! Dafür wird ja wohl die Zeit noch reichen! Er ist direkt hinter mir! Ich... Er war hinter mir! So, ich habe mich jetzt hier random in das Bücherregal gestellt! Ich glaube, der wird mich sehen, wenn er hier hochkommt! Okay, der Manki hat einen Bogen! Hier, Digga, nimm ne Potion! Ah, ich darf die nicht droppen! Dann trinke ich sie selbst! Okay, ich habe 10 Sekunden Lotus bekommen! Dankeschön! Super! Ich bin gekamouflaght! Guck mal, der Manki sieht mich auch nicht! Doch! Nein, ich bin perfekt in meinem LMS! Hahaha! Geil! Och, verdammt nochmal! Mann, das hat weh, okay! Ich dachte, ich wäre perfekt gezahnt! Das würde ich jetzt nochmal rächen! Naja, nicht bei Stylex! Bei wem sonst? Einfach mal so random! Bei Michelle vielleicht? Nein, ich bin lieb! Oh, yo! Lass mal einfach alle random Michelle töten! Hahaha! Michelle! Das wäre voll funny, oder? Michelle, gibst du, du findest das doch auch voll funny! Riecht dafür ein Eis? Hm... Ne, aber ein Death! Da, tötet doch mal bitte jemand! Stylex! Kann man sich hier verstecken? Ne! Was ist denn das, Junge? Ey, lass hier einen Sieg spielen! Jo, Alter, mit, äh... Wie heißt der? Lass mal hier hinsliegen! Mit unserem, äh... Was ist denn das? Unserem Fliegenpilz! Oh! Michelle? Ja? Stylex ist Mörder! Schreib das schnell, dass er Mörder ist, Michelle! Komm schon! Michelle schreibt das nicht! Doch, Michelle, er hat mich getötet! Was reg' ich dafür? Logo denkt sich wieder irgendwas aus! Der denkt doch überhaupt nichts, Michelle, ich bin tot! Ich weiß, dass du tot bist! Ja, und wahrscheinlich bin ich dann automatisch mal daheim tot! Michelle, schreib doch jetzt, dass Stylex das ist! Dann wissen die Leute das mindestens! Lass mich los! Ja, Michelle! Jetzt schreib doch! Und schreibe! Du musst doch dazu schreiben, dass das Mörder ist! Nicht einfach nur Stylex! Schreib jetzt doch, ist Mörder! Solange jemand... Boah! Boom, Alter! Stylex, let's play! Oha! Ich schwöre, ich bin ausgewichen eigentlich! Great feeling! Great feeling! Einmal nur great feeling! Oh, da hat keiner gerade den VIP-Shade geschrieben! Der Griffpirsch hat 5€ reingehauen und hat geschrieben, bin grad dazugekommen! Hi! Das ist übrigens diese Livestream-Spended-Chat-Funktion von YouTube! Die hab' ich auch noch gar nicht erkundet, aber... Danke für deine Donation! So, ähm... Ich würd' sagen, wir gehen in, äh... Ich würd' sagen, wir können einfach nochmal Headquarters gehen! Das macht eigentlich mega Bock! Boah, ist mega viel los hier! Muss man richtig aufpassen, dass der Server nicht gleich aus allen Nieten platzt! Naja... Der Ossi 04! Der Ossi 04 war so ein Zombie mit Blutflecken! Höh, der hackt! Ja, der hackt! Wieso hackt der? Der hackt! Er ist gesprindelt! Nee, das ist so'n Bug! Das ist so'n... Ich fack dann so'n bisschen! Spack! Der hackt! 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 Der Detektiv ist tot! Der hackt! 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 boon! Das war jetzt! Das war alles, was ich immer wollte! Oh, ja! Jetzt teaback ich dich! Oh, yeah! Das ist nicht jugendfrei! Äh, ja! Ich habe ihn nur teabacken! God! Hört sich das gut an! Weißt du, was halt traurig ist? Dass ich's gewusst hab! So riecht der Sieg! Oh, hallo! No, du hast keine Mädchen schlagen! Ich hatte doch schon'n getötet! Ja, er hat dich schon getötet, Michelle. Ich gilt nicht. Michelle ist ja aber auch zur Hälfte ein Einhorn. Oh, Einhörner haben kein Geschlecht. Einhörner sind einfach nur süß. Ja, wir sind erst noch einer. Nein, hallo, das ist ein Junge, den darfst du töten. Hey. Na, alles klar. Oh, war der Typ? Oh, okay, der Po. Alter. Ich hoffe, der kommt gleich. Oh, da ist ein Mädchen. Okay, der ist auch tot. Da ist der erste Steve. Irgendeiner hat ein Po von denen allen hier. Ja, da steht... Ähm. Geschickt einen auf mich? Und womit? Mit Recht. Nein, jetzt bloß nicht treffen. Bloß nicht treffen. Bloß nicht treffen. Bloß nicht treffen. Oh, ja! Okay, jetzt ist der Po gedroppt. Was bekommt man eigentlich als Mörder mit Gold? Nichts, oder? Gar nichts. Ja, ich habe kein Wach bekommen. Ey, gut, du kannst dir bei dieser einen Map auch dieses Flächtchen holen. So, ich habe jetzt einen Bogen. Da oben steht er. Komm runter, Junge. Ich will dich aufessen. Oder vielleicht einfach nur was Leckeres zu essen. Aus dir mal. Oh. Bei 10 Gold bekommt man auch einen Bogen. Ja. Boom! Boom! Alter! Wie geil ist das denn? Ungerecht. Ja, äh. Finde ich, äh, logisches GG, würde ich sagen. Alter, das war alles, was ich jemals wollte. Ja, Stylex? Das ist das schönste Gefühl, was ich mir jemals vorstellen konnte. Oh, es ist so ein tolles Gefühl, okay? Nein. Oh, ich bin tec-tive. Nice. Oh, nö. Michelle, wo bist du? Ich bin Mörder. Oh. Bist du wirklich Mörder? Oder hast du nur wieder deinen Klumpen Gold in der Hand? Ich habe mein Gold. Ich werde safe erst mal Stylex erschießen. Der ist mir nämlich zu ruhig. Stylex, lass es rumlaufen. Bist du? Und auch? Michelinsko. Michelano. Du musst mich niemals finden. Michelinsolo. Michelano. Ey, Mitchell. Mitchell Mangelo. Wo bist du? Oh, ich bin ein Bergarbeiter. Was? Oh, ich bin ein Bergarbeiter. Oh, ich verdiene mit Eis. Das klingt nach Spaß, würde ich sagen. Ja, ich is gold. Also, ich bin perfekt getarnt. Das ist echt einfach so. Ich habe fast nicht gesehen. Also, wenn du da so dir ein Klumpfst. Macht ihr irgendwelche Kamos? Nein, ihr habt euren Skin ja nicht geändert. Hi, Michel. Michel, na, wie geht es meinem... Ich halte die Schiene. Michel. Du hast die wichtigste Aufgabe auf dieser Map, okay? Jetzt find's Stylex. Ja, Stylex steht hier. Ich geh hier. Stylex? Ja? Sag, dass du mich toll findest, sonst erschieße ich dich. Liebe dich. Oh. 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 Oh Gott. Er sieht mich nicht. Nein, mein Borge hat mich verschossen. Nein. Mein Borge hat mich verschossen. Er sieht dich einfach nicht, Stylex. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er ist durch mich durchgelaufen. Er ist... Stylex, bleib da safe stehen. Bleib da safe stehen, Stylex. Nimm den Kopf. Okay. Alter. Soll ich den Bogen nehmen? Nein, nein, nein. Warte, warte, warte. Äh, ja, ja. Sammel den Bogen auf. Aber dann musst du dich auch safe so wieder reinstellen. Okay. Aber nicht den Bogen in die Hand nehmen. Oh, das ist verdammt hart, sich wieder so rein zu manövrieren. Ja, okay. Du hast es. Du hast es. Achtung, Kopf ein Stückchen wieder zurück. Stückchen Kopf zurück. Stückchen noch. Okay, perfekt. Nein, nur den Kopf. Nur den Kopf. Sneaken und den Kopf nach oben bewegen. Nach oben. Ja, genau, genau. Und jetzt erst sneaken. Ja, jetzt wieder ein Stückchen zurück, Stylex. Stückchen zurück. Oh, noch ein Stückchen wieder vor. Stückchen noch. Ganz, ganz. Oh, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Nein, jetzt wieder ein Stückchen zurück. Das macht sich ein Pikmin. Stückchen zurück. Stückchen zurück. Ganz. Oh, perfekt, perfekt, Stylex. Perfekt. Okay. Jetzt bleibt da einfach stehen. Bleibt da einfach stehen. Stylex, wo kommt die Gesellschaft? Oh, Stylex. Oh, Stylex. Was ist das für ein Pikmin? Das ist cool. Mein Freund. Wer war das nochmal? Ich glaube, der mag mich. Ich glaube, das war dieser... Wie hieß der denn? Kazon. Ist das der? Kazon könnte ich mir... Ja, es war höchstens... Es kann nur dieser Kazon gewesen sein. Oder Silver Wave. Nee, der hat so ein komisches Band um. Ja, ne? Der Zombie deckt dich aber nochmal so ein bisschen. Nee, der geht ja zum... Den Spann. Ja, ich sehe, wie der zu den Spielern läuft. Michelle, der nimmt gerade ein entspanntes Bart. Das ist ein U-Bot. Ey, aber Stylex, wenn du das noch eine Minute durchhältst, dann gewinnst du das. Weil ich gucke mal kurz, weil er sich rumtreibt. Hä, es kann... Nee, es war dieser Silver Wave, war das. Der Silver Wave hat extra einen Second Layer. Aber der hat jetzt einen Kompass, glaube ich. Soll ich raus? Nein, 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 nein. Warte, 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 warte. Warte, der versucht gerade mit dem... Okay, er hat jetzt auch einen Bogen. Warte, 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 warte. Alter. Muss der uns hier den Troll versauen? Mann, in 40 Sekunden hätten wir gewonnen damit. Aber er war trotzdem nice. Er ist jetzt einmal drauf eingefallen. Ja. Der ist halt straight dran vorbeigelaufen. Der hatte ich jetzt auch nur gefunden wegen Kompass. Glaube ich, safe. Da können wir ja jetzt nächste Runde gehen. Alter, das war... Das war jetzt eine Nummer, Alter. Huh, Junge, Junge, Junge. Das war aber vom Feinsten eine Nummer. Äh, hier ist auch wieder ein Baumstamm drin. Äh, eine Holzplanke. Oh Gott, Alter. Da läuft diese Holzplanke. Oh, ich bin innocent. Ja. So. Ja, also ich wäre jetzt dafür, dass wir alle zusammenarbeiten, um den Mörder natürlich schnellstmöglich zu stellen. Oh. Und auf dem Weg dahin auch noch Stylex zu töten. Oh. Na, Stylex, wie läuft es sich so? Ja, ganz gut. Oh, der Bow wurde gedroppt. Ich zeige es mal, wir müssen uns einfach in den Marktstand stellen. Das habe ich eben auch überlegt, aber ich will erst mal einen Bogen holen. Hört einen in der Weihnachtsmitte auf. Ich hole mir mal kurz ein bisschen Gold zusammen. So, ich stehe wieder in meinem... Oh. Oh, hier liegt so viel Gold. Ja, aber alleine hier in der Umgebung rumlaufen hier bei den Marktstätten schon fünf Gold zusammen. Ja. Stylex, hier bin ich. Hallo. Yo, Stylex, komm hierher. Ja, ich gucke hier noch mal, ob hier noch was ist. Oh ja. Passt auf. Oh, wer ist es? Äh, ich glaube... Dieser... Ja, ähm... Der war's. Mr. Biggie, glaube ich. Ja, Mr. Biggie. Der hat so schwarzen Skin. Schwarz-Rot. Und hinten... Genau der. Ja. What's up? Ja. Jetzt steht der dich, ne? Ist dein Logo vorbei? Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott, ist dieser Typ der Mörder? Ja. Dieser Mr. Biggie? Ja. Ich bleib jetzt einfach safe weiter hier stehen. Oder soll ich noch Gold sammeln? Ist da noch irgendwo Gold? Oh. Ich stell mich safe wieder hier hin. Da kommt dieser Mr. Biggie. Bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht. Boah, verdammt! Nur wegen da einen. Nur wegen da einen, ja. Oh. Traurig, weil... Er ist halt einmal an mir vorbei. Der Griffpürsch hat zehn Euro reingehauen. Dankeschön. Und keine Nachrichten lassen. Aber danke für die Donation im Livestream hier auf YouTube. So, jetzt möchte ich bitte einmal Mörder werden. Bitte. Bitte. Oh, ich bin innocent. Wow. Yeah. So eine hohe Abwechslung. Wooo. Man bräuchte halt echt Pässe, finde ich. Ja, es wäre cool, wenn man so... Mindestens wenn der Algorithmus so ein bisschen mehr so wäre, dass man nach ein paar Runden irgendwie auch mal so seine... Man sammelt ja hier in Game-Punkte, so, wa? No way. Was? Bist du direkt tot? Ich hab mich versteckt und ein Stevie, wie ein Alex-Skin, kam da rauf und hat sich mit versteckt und mich dann einfach gekillt. Ach, ist das ein Alex oder ein Steve? Ein Alex. Dieser Super... Dann ist dieser Super-Nora. Ja. Ich hab's da kurz reingeschrieben. Vielleicht hilft's dem einen oder anderen mit dem Bogen. Ja. Ja, die wird hier jetzt schon direkt getargetet. Oh! Oh! Verdammt! Wo liegt der Bogen? Warte, ich guck mal, wo du bist. Warte, ich bin hier gerade, wo du gestorben bist. Dann geh mal rechts geradeaus. Der Bogen. Da siehst du auch den Mörder. Oh, oh, oh. Lol, der steht da einfach so. Der muss erst jemand anders töten, dann schleich ich mich so drum und hol den Bogen. Ach nee, jetzt doch nicht. Ja, der bewacht den Bogen. Geil, geiler Typ. Der kämpft den scheiß Bogen ab. Achtung, mich hält, da kommt der Mörder raus. Was? Wo? Leute, nicht wundern, wenn der komische Geräusch hat. Es fängt gerade an zu regnen. Oh, es ist so heiß in meinem Zimmer. Ich würde gerade einfach gerne das Fenster aufreißen und diesen Regen in mich verschlingen. Weil es sind auch 600 Grad. Oh, das ist geil. Schönes Regengeräusch am Fenster. Oh, was? Wieso schießt mir er mich einfach, wenn er doch den... Was? Alter, der töte mich einfach random, obwohl der Mörder die ganze Zeit dort an der einen Position steht. Wollen wir mich verstehen. Das nenne ich gute Player. Das nenne ich gute Player, Alter. Junge, dieser Mörder, ohne dass er... Er hat sein Messer geworfen. Wie geht das? Man kann sein Schmerz... Ja, ich weiß auch nicht, wie das geht. Ich glaube, Shift oder so. Äh, äh... Ah, wow! Ja, kann er. Was ist das verdammtes Messerwesen? Ja, kann er. Hä? Wusstest du das nicht? Nein! Wie denn auch? Irgendwie muss man blocken und shiften. What? What? Ja, ich glaube, shiften. Alter! Oh. Nice. Nice. GG. Alter! Ey, man kriegt 10 Karma, wenn man GG schreibt. Oh, ich bin auch. Trägt das Karma dazu bei, dass man Mörder wird, dann schreibe ich jetzt immer GG. So. Bitte. Ich will Mörder werden, bitte. Die Mörderchance ist 4%. Bei mir ist die 17%. Bei mir 10%. Alles klar. Oh, innocent. Ich auch. Aber ich glaube, die steigt dann immer so ganz, ganz klein, prozentual von Runde zu Runde, bis die dann irgendwann mal so rüber ist, dass du dann Mörder wirst. Ach so. Wahrscheinlich, weil ich gerade erst Mörder war. Ja, wahrscheinlich deswegen. Rechts klicken, meine Leute. Also es lädt sich so auf wie so eine Ulti und ist dann mit Rechts klicken einfach so zu werfen. Alter, ich wusste das noch gar nicht. Oh, yo, hier bei mir bricht übelster Regen aus, Alter. Feinste Eskalation. Stylix, wollen wir uns einfach drüben wieder in die Schießbute stellen? Oh, ja, komm. Oh, komm. Lass da jetzt einfach straight rüber gehen. Oh. Hm. So, zack. So, ich hab mich jetzt... Oh, nein. Als ob die sich jetzt hier dazustellen. Nein. So, können wir das nicht machen? Da brauchen wir es gar nicht... Oh, ja. GG. 10 Karma, Alter. Nice. Mann, dieses 10 Karma Plus, Alter. Das reizt einen richtig dazu, immer GG zu schreiben. Ich wollte es gerade doppelt schreiben. Ich glaube, es gibt nur einmal Karma. Ey, jetzt zum Beispiel ist meine Murder Chance direkt 22%. Eine 5. Meine 13, oha. Bitte spiel, der macht mich zu Mörder. Michelle war da aber noch nie Mörder. Das ist die Sache. Gut, ich bin innocent und der Regen draußen wird immer stärker. Geil. Oh, hier kann man rausfliegen. Wo ist die? Ach, da ist es. Was? Ich sag Michelle. Michelle ist safe. Oder, oder ist der Alex? Nee, ich bin nicht der. Der bleibt mal stehen. Ja, der eine Alex Skin ist einfach an den Tod gesprungen. Der ist einfach an den Tod gesprungen. Hat ihn gar nicht interessiert. Der ist einfach an diesem Job. Oh, der Regen wird immer lauter. Hallo, Leute. Hört ihr mich? Junge, der Regen ist ja jetzt übelst laut. Ich kenne ihn sogar auch. Hörst du den auch? Ja. Oh, das klingt so geil. Wollen wir mal gucken, wie du draußen gerade ausschaust. Sogar noch übelst schönes Wetter. Also, na gut, es kann nicht schönes Wetter sein, wenn es regnet, Leute. Aber es ist halt auch eigentlich voll sonnig, könnte man sagen. Vielleicht finde ich heute einen Regenbogen. Ja, okay. Ja, weiter. Wow, Stylex. Stylex wird safe nicht Mörder, aber du kannst mich gerne erschießen, wenn du das möchtest. Ich habe einen Regenbogen. Nee, ich glaube, der hinter dir. Der kam gerade so sneaky an. Ich bin tot. Da ist der andere. Der andere ist irgendeiner. Stylex. Ja. Oh, mein Gott. GG. Boah, schnell für dich rein. Alter, dieser Regen, Alter. Boah, der ist so geil, Mann. Qualitativ hochwertiger Livestream, Leute. So macht man das. So, weiter, nächste Runde. Jetzt ist meine Mörder-Change schon bei 30%. Steigt die bei euch nicht so hart? Die steigt bei mir überhaupt nicht. Vielleicht durch das Karma, kann das sein? Keine Ahnung. Doch, wenn dein Karma vielleicht gut ist, dann wirst du vielleicht Mörder. Und du musst halt nur... Ja, wie viele Runden musst du dann spielen um 100%? Ich mache jetzt 2% pro Runde. Ich habe gerade mal nur 1% gemacht. Hast du GG geschrieben? Probier mal da am Ende der Runde GG zu schreiben. Ja. Mache ich die ganze Zeit. Ich kriege nur 5 machen. Ich auch. Wahrscheinlich wegen meinem Rang? Ja. Ja, das kann sein. Das könnte halt wirklich gut sein. Alter, der Regen ist doch laut! Silex, hast du einen Bogen oder so? Nee, warum fragst du? Na, um mich zu beschützen. Niemand beschützt dich? Ich sag Logo ist. Jo. Hä? Michelle Logo ist. Was, Würme? Nein, der Typ nimmt mir das Gold weg. Logo ist so unglaublich still. Boah, das sorgt uns bestimmt gerade. Ja. Ich renne dir jetzt lieber hinterher. Leute, warum soll ich Mörder sein? 30% Chance. Ja, 30% Schocks ist natürlich sehr hoch an dem, dass er Mörder sein wird. Außerdem Leute, ich hab einen Bogen. Ja. Ja, der Mörder kann auch einen Bogen haben. Ja, sehe ich so aus? Ja. Hä, ich bin in der Mitte und hab einen Bogen. Vielleicht bist du nicht mehr in der Mitte. Hi. Silex, wenn ich... Silex, das war haarscharf. Ja, das war... Es war böse, ja? Warum hast du dich einfach getötet? Das hat auch ganz schön in die Hose gehen können. Ich hab mich schnell, weil du weggelaufen wolltest, dachte ich, ich töte dich. Wie? Mann, ich bin so recht gegen die Wand gerannt. Hättest du mich nicht da lassen können? Gegen die Wand? Nein, damit du dein Gesicht noch... Ah, liebe... Ich bin echt gegen die Wand gerannt. Nein, da... Wie viele leben denn noch immer? Fünf Leute? Ja, Gott, nochmal. Wo sind die denn alle? Pass auf. Hä, warum? Ach, nur so? Tut verdammt weh. So. Wer ist dafür was? Nein! Oh Gott! Ich hab so viele Leute weggeschnetzelt. Zack, zack, zack. Ich hab sogar einen übelsten MLG-Kill mit diesem... Äh, wie heißt das? Mit diesem Wurfschwert gemacht. Junge, das war übelst krank und... Jetzt geht's mir besser. Schön, dass es dir jetzt besser geht, Stylex. Das freut mich. Ja. Was ist denn das, hä? Äh, ich weiß nicht. Ich hab mal auf Favorite gedrückt. Ich weiß nicht, was das macht. Was transportieren wir denn hier? Die Spannung! Stylex, wir transportieren die Stimmung! Woo! Woo! Steffen Skin! Der hat Kloppschis! Äh, Pablo war länger nicht mehr dabei. Ich glaube, Pablo muss immer wieder zurück aus Mariko kommen. Pablo ist über die Grenze gegangen, aber Pablo kam nicht zurück. Pablo hatte sicherlich Silikon-Kahne gekauft. Gute Silikon-Kahne. Sehr, sehr gut. Das wurde von der Polizei konfiziert. Hier kann man irgendwie einen Transport kaufen für zwei Gold. Geil! Hä, wo ist das denn? Warte mal, prank der eine hier. Alter, das passt übelst gut zu der Map. Hat der einen Polizeiskin? Ist das eine Figur oder ist das ein Troll? Es ist ein Troll. Oh mein Gott, Stylex, das müssen wir uns merken. Hä, wo bist du? Nee, warte, ich mach davon mal einen Screen, damit ich mir das merke. So, hier steht einer mit so einem Polizeiskin. Der hat sich direkt hier so dreingestellt, damit er so aussieht, als ob das so ein NPC ist, der dazu generiert wird. Jetzt geht er weg. Jetzt bewegt er sich. Ja, wir sind irgendwo da unten bei so Transportspuren. Ja, wahrscheinlich kann man sich transportieren. Würde ich mal probieren. Ja. Okay, warte. Kein Gold. Wow! Alter! What the fuck? Wie geil, ich will das auch jetzt machen. Alter, ich wurde direkt in Stylex Arme katapultiert und er ist halt Mörder. Was? Stylex ist Mörder. Stylex hat mich gefütet. Ach, ey, das ist doch nicht dein Ernst. Immer wenn du stirbst, bin ich entweder Mörder. Ja, du bist es doch auch. Michelle, schreib rein, dass Stylex Mörder ist, damit er getötet wird. Ja. Merchst du nicht, Michelle, wie hast du dich eigentlich gefühlt, als ich da so angerassen kam und ich einfach so free kill war? Ich find das mies. Yo, AFK kill gegönnt. Der war sogar Detective, super. Oh, nein. Oh, Mann. Ey, Michelle, du kannst du die Waffe holen. Ja. Yo, ist das hier ein X-Wing? Yo, das ist eine Star Wars-Map. Cool. Lol. Alter, ist ja cool. Ey, Stylex, wenn du mich tötest, ne? Du hast verkackt. Hast du für immer verschissen, Stylex, ich schwöre. Nein. Du stehst für immer auf Michels Liste. Nein. Nee. Nein. Komm kurz. Du bist so herzlos, Stylex. Das tue ich mir nicht weiter an, das schaue ich mir keine Minuten mehr an. Darf ich ihn bannen? Du willst mich vom TS bannen, Michelle? Nein, vom Server. Aber ich wäre dafür, dass du Stylex vom TS bannen. Ja, mach mal. Das Wiese ist, dass ich halt einfach nie Mörder werden kann, weil Stylex sofort im Stream sieht, dass ich Mörder bin. Ich hab den Stream gebraucht. Aber ich mach mir den jetzt einfach auf. Ja, der Michelle, lass den gefälligst zu. Ja, nicht, dass du jetzt ja auch noch anfängst mit Leggen. Oh, nein. Sag, du musst nur noch zwei Leute töten. Das kriege ich hin. Ich hoffe, jemand von denen tötet dich jetzt einfach so. Komm schon, einer von denen muss doch Kompetenz haben. Oder zumindest einen Bogen. Oder irgendwas. Das ist übrigens meine Leiche. Warum schlägst du sie? Was hat sie dir getan? Was hat dir meine Leiche getan? Was hat sie dir getan? Mich verletzt. Ich muss erst mal ein bisschen stressen, ob du brauchst meinen Fidget Spinner spinnen, Alter, sonst dreh ich hier durch. Oh, Mann. Auch einen. Stylex, das tut weh, verdammt. Okay? Okay. In 60 Sekunden hast du verloren. Ja, wo sind die denn? Warte, ich guck mal kurz. Die laufen ja auch einfach nur random über die Map, Stylex. Safe Trolls für mich. Nein, wirklich. Der Blaue zumindest läuft über die Map und der andere versteckt sich wirklich. Aber die Chance, die Map ist halt gigantisch. Ich finde mich hier gar nicht zurecht. Ich glaube, du wirst es halt jetzt noch safe verlieren. Ja, ja, ich glaube auch. Okay, jetzt hast du einen Kompass. Aber ob du auf der großen Map jetzt in der kurzen Zeit beide erreichst. Okay, jetzt ist es nur noch der eine. In 10 Sekunden, also in 15 Sekunden jetzt noch. Alter, ob er das schafft. 10. 9. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oh, Stylex. Äh, als ob der sich hier so verkennt. Der stand, der stand hier in der Ecke. Hier in der dunklen Ecke stand der. Oh mein Gott. Ach, das ist halt echt mies, so Hide and Seek in Murder zu spielen. Wollten wir auch mal machen, was? Stylex, wo wir sagen, yo, wir rennen die ganze Zeit weg und verstecken uns. Guck mal, eine Murder Chance. Jetzt schon wieder bei 15%. Meine Detective Chance bei 32%. Meine Detective Chance ist bei 1% und die Murder Chance ist bei unter 1%. Oh leih, jetzt bin ich auch gerade Detective geworden, wo ich das gesagt habe. Oh, ich bin so gut. Vielleicht sollte ich öfter sagen, dass meine Murder Chance ganz hoch ist. So, man kann diese Trapdoor ja einfach für ein Gold öffnen. Hat jemand zufällig ein Gold? Ich würde die gerne mal öffnen. Ja. Ah, äh, kriegt man, wie heißt das? Na, hier, da, da, hier kann man die Trapdoor für ein Gold öffnen. Oh, ich habe jetzt auch ein Gold. Oh mein Gott, da sind direkt zwei Leute reingelaufen gerade. Oh mein Gott, wer hat die geöffnet? Da sind straight gerade zwei Leute reingelaufen. Und weißt du, wer einer von diesen Leuten war? Oh mein Gott, Stylex, ist das dein Ernst? Ja. Stylex, ist das dein Ernst? Du bist da straight reingelaufen? Ja. Oh mein Gott. Und du hast nichts dagegen getan. Yolo, 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 wow. Alter, das ist die übeste Challenge, ob man jetzt, äh, ob hier gleich jemand die Falle aktiviert. Also, wenn man so ein bisschen challengen will, ist das halt richtig hart, man. Hast du eh nicht drauf, dich auf die Fläche zu stellen? Hö, 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 hö. Es ist eben noch neun Innocents. Und die Hälfte ist wahrscheinlich durch diese Trapdoor gestorben. Trapdoor gestorben, ja, wahrscheinlich. Soll ich mich so ein bisschen Kamouflage? So, reinstellen. Ich glaubst, das geht auf? Dann laufst du es. Jetzt geht's. Nee, nach hinten raus sieht man mich dann. Vorne? Ja. Genau, Michelle, springen und laufen. Nein. Alter, das sieht so komisch aus, wenn du da oben rumstehst. Oh mein Gott, ich stehe, ich stehe eigentlich jetzt perfekt fast in der Figur drin. Ja, vorne sieht man dich noch. Man sieht mich? Vorne sieht man mich? Ja. Hä? Michelle, die haben ja beide nen Bogen. Das wär... Und ich hab übrigens auch nen Bogen. Also, bitte. Ich... Würde dich schlagen können. Dann würdest du mich hier rausprügeln, Michelle. Das macht Spaß. Wollen wir einfach mal random die Trapdoor aktivieren? Nö, ich bin der König. Schön, dass du König bist, Michelle. Ja, du bist ein Untertaner. Du bist meine Wache. Sehe ich so aus, Michelle? Hä? Ja, du stehst in dem. Ja, jetzt steh ich nicht mehr in dem. Ich hab auch nen Bogen. Alles Gutschi. So. Der hat auch nen Bogen. Also, wir haben alle vier nen Bogen. Okay. Ist gut zu wissen. Der hat auch nen Bogen. Aber der könnte halt auch Mörder sein. Es kann doch jemand, der Mörder ist, nen Bogen haben. Das brainfuckt mich. Was sollen wir denn jetzt tun? Eigentlich, theoretisch müssen wir nur noch die eine Minute warten. Dann gewinnen wir. Michelle, tanzt du auf dem Stimmungsschalter? Macht Spaß. M. Tanzt nicht nur auf den. M. Michelle. Was? Hörst du? Bitte, bitte hör auf damit. Bitte. Bitte. Dann tanze ich von dem Thron. Dein Thron? Das ist mein Thron. Ich schwöre, ich bin König. Komm, hier drauf und ich erschieße dich. Gut, in 60 Sekunden wird der keine acht Leute mehr töten, der Mörder. Kann er eigentlich schon lieben jetzt. Ach, da oben ist gerade einer gestorben. Es sterben aber immer weiter, Leute. Jetzt sitzt es schon nur noch sechs. Oh. Boom. GG, der hat auf den Hinterhalt gewartet. So, ich würde sagen, jetzt machen wir die letzte Runde für heute noch. Dann sind wir nämlich genau bei einer Stunde, wenn wir jetzt noch eine Runde zocken. Das ist perfekt. Das ist genau der Abschluss jetzt. Jetzt wäre halt nochmal cool, Mörder zu werden. Aber ich habe nur eine Mörder Chance von 15%. Also, ich glaube nicht, dass ich Mörder werde. Ja, ich glaube, ich werde Mörder meinen, dass es bei einem Prozent ist. Also, wirklich? Bei Minus war? Ich bin innocent. Nee, vorher war sie bei kleiner. Und der Tickdick. Oh Gott, einmal gemacht. Oh Gott, wer drückt dem Mädchen die Waffe in die Hand? Wer sagt, dass ich ein Mädchen bin? M. Dass ich bin ein Einhorn. Ich habe kein Geschlecht. Na, du bist so 50-50. Ich komme zu euch. Er schießt Tydex, der ist safe Mörder. Ich sage es dir. Hör da rein. Nein, jetzt stellt ihr sich mit den pinken Haaren vor mich. Ich bin jetzt. Oh mein Gott, der ist Mörder. Oh mein Gott. 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 Ich dachte mir nur so, what the fuck. Tydex, hast du das gesehen? Nee. Er hat dieses pinke Mädchen, also das Mädchen mit dem pinken Haaren einfach umgeknüppelt. Und ist einfach Ard und Gericht, der fucker mir vorbeigegangen. Cool. Herr Michelle, du hattest einen Bogen. Was war da bei dir los? Äh, ich stand hier drinnen. Warte, wer steht da? Ich glaube, der kommt jetzt. Ich glaube, der kommt jetzt. Ich glaube, der ist. Ist der das? Nee. War der das? Nein. Hat der den Hund auf dem T-Shirt? Hier liegt so viel Gold. Oh, das will ich alles haben. Der Typ ist Mörder. Der Typ ist doch Mörder, oder? Ja. Oh Gott. Michelle, warte, warte, ich drehe eine Schleife zu dir. Ja, hallo. Der muss jetzt wieder aufladen. Ja, dann bleibe ich. Warte, warte, warte. Ist er gleich wieder voll? Ja. Okay, ich bin da. Ich habe aber jetzt auch gleich einen Bogen, warte. Okay, ich habe einen Bogen. Super. Los, wir stellen uns einfach wieder zurück. Komm, wir stellen uns wieder zurück. Ich logge ihn zu euch. Okay. Welcher ist denn das? Äh, das ist dieser Momo King, dürfte das, glaube ich, sein. Ja, so ein lila Napoli. Hä, lila? Ich dachte, Momo King ist das. Ja, nee, ich meine, so ein lila Napoli hat er. Michelle, nimm den Bogen aus der Hand und bleib still stehen. Der lösche ich ja gerade richtig. Oh, ich habe ihn. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Halt ihn mit dem Gepäck, halt ihn mit dem Gepäck. Warte, 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 warte. Ist er nicht. Ich habe verschossen, ich habe verschossen, Michelle. Ist er hinter mir oder ist er... Nicht. Nein. Warte, er steht doch noch an diesem Standort. Mein Bogen ist gleich wieder aufgeladen. Hä, ich habe keinen Bogen. Ich habe, man hat nur einen Pfeil pro, pro 10 Gold. Man hat keinen Bogen, der sich wieder auflädt. Ich habe einen Bogen. Nimm einen, nimm einen. Nein, der kämpft doch dann den Bogen. Oh, ja. Pass auf, was... Wir müssen theoretisch... Silex, da lass die mal abhauen. Wir müssen ja nur noch eine Minute... Oh Gott, der ist hinter mir. Ich werde diese Railbahn da benutzen müssen, glaube ich. Silex, lebst du noch? Ja, wo bist du? Nee, ich laufe gerade zu so einer Bahn. Ich hoffe, der kriegt mich nicht. So, komm, ich war los. Okay. Okay, 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 okay. Der rett jetzt zur nächsten Station. Ich muss aber einen Gold dafür aufspawn. Okay, ist der da? Eine Minute 30. Oh Gott, ist der gleich hier? Ist der Alex mit dir oben? Ich sehe den überhaupt nicht. Ach, da. Der war gerade... Oh, der rett, glaube ich, zu meiner Station. Oh Gott, GG. Ja, nice. Wir haben es geschafft. Eine Stunde Mörder durchgezogen. Hammergeile Session. Hammer toll, Dimmer. Hammer feine, Dimmer. Ja, gut, dann... Session, Lopni. Das war heute eine übelste Session. Also, das war heute... Das war gerade übelst geil. So, wo seid ihr? Betreibt euch rum. Bums, äh, Party... Wop. So, ich warte hier im Hub. Gut. Jo, Leute, das war es mit dem Livestream heute. Wir haben heute mal... Eine schöne Rage-Episode Mörder gezockt. War wirklich mega cool. Hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, wenn ja. Und ihr gerne mehr Livestreams wollt. Ähm, dann schreibt es gerne hier. Das bleibt als Video online. Schreibt es gerne hier unten drunter. Lasst hier einen logischen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Morgen Abend gibt es übrigens, by the way, eine neue Folge Hide and Seek. Also, die solltet ihr unbedingt nicht verpassen. Die ist wirklich richtig geil. Da gibt es auch das neue Mod-Pack ETC. Da zeigen wir alles. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Bis dahin bleibt ihr logisch. Und haut rein. Und logisches Cheerio. Ciao. 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 Ciao.